Schlager spielt der Tipptreff Fußball-Bundesliga. KSV Superfund gegen SK Bunte Gamma Sturm Graz am Samstag, den 23. April mit Spielbeginn 16 Uhr in Franz-Fecher des Stadion Kapfenberg. Wir sehen uns. Hallo, da spricht der Spielkrall von Superfund Kapfenberg. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Spiel von uns zahlreich erscheint. Wir hoffen auf den 12. Maun und hoffen, dass wir heute die drei Punkte einfangen können.